Erste Runde. Erster Win, Digga. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Jawohl. Wichtig, wichtig, wichtig. So. Tiere füttern. Apelbeck am See. Mit meinen beiden Hunden. Kylo und Danny. Er hat es wieder nicht gepeilt, Digga. So. Eine Technik gibt es hier. Immer das Pferd ablenken. Ja. Immer das Pferd ablenken. Dann haben die andere in Ruhe. Weil das Pferd ist hier der Chef auf dem Platz. Wenn er nichts hat, haut er alle anderen hier weg. Wenn er was hat, können alle in Ruhe fressen. Ganz simple und einfache Technik. Immer ablenken. Der hat aber gefühlt heute auch schon 10 Kilo gegessen. Dann haben wir noch ein, zwei Babys. Na komm, hier mein Dickerchen. So. Ja. Glaub mir, wenn ich die Mission habe, dich dick zu machen, dann schaffe ich das auch. Ui, ein Feini. Moment.